Yeah, Leute! Es geht weiter hier bei der Evil Within. Ja, im letzten Part war es ein bisschen holprig. Wir konnten uns gerade noch nach ein paar Fails gegen die Schlampe, wollte ich schon sagen, gegen diese Hexe durchsetzen und haben dann ein bisschen was von Ruvik mitgekriegt. Ja, du musst da runter. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay, brauchen wir die Lampe. Ach du Scheiße, ist das dieses Vieh? Ja, sah zumindest so ähnlich aus, ne? Heilige Scheiße. Ja, ganz ehrlich, ich kack mich jetzt schon ein, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir gegen dieses Drecksvieh auch gewinnen müssen. Ich meine, das ist ja meistens so. Jawohl, das kann ich nachladen. Sehr geil. Okay, das können wir nicht verwenden. Okay, was mir das jetzt bringt, weiß ich nicht. Aber das ist auch ein Muni. Okay, Streichhölzer. Moment mal, jetzt schaue ich mal eben, was ich noch alles bauen kann. Ja, auf alle Fälle, das sind die Explosivbolzen. Ja, die machen wir gleich, weil die sind am stärksten. Ähm, Schockbolzen brauchen wir nicht, Kältebolzen wären auch ganz gut. Ja, die machen wir auch. Sehr gut. Jetzt haben wir eh nichts mehr, alles klar. Ja, aber die sind auch sehr stark, die Kältebolzen. Okay. Kommt das Vieh jetzt hier ab? Boah, scheiße, Leute. Ich hab mich jetzt voll erschreckt. Ja, man hat's gesehen. Und ich muss mit Sicherheit gegen dieses Vieh kämpfen. Ja. Sonst wäre es kein Horrorspiel. Wenn ich gegen dieses Vieh nicht kämpfen müsste. Und ich kann... Boah! Fuck it, fuck, fuck, fuck. Ja, der Controller vibriert gerade. Ich spüre wahrscheinlich Sebastians Herzschlag. Fire. Ja, aber... Wow, 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 wow. Ja, das Vieh ist auf mich fixiert. Ich merk's gerade. Scheiße, Leute. Ja, ich werde mich gleich wieder erschrecken. Schätze ich einfach mal. Was ist das hier in der Garage? Komme ich hier drüber? Nein, komme ich nicht. Können wir mal mit einem Auto fahren, oder? Das wäre geil. Ein auf GTA zu machen. Verdammt! Oh, ja. Boah, scheiße. Aua. Sebastian, flüchte! Ja, toll. Ja, jetzt ist der Moment gekommen. What the fuck? War's das schon, oder wie? Heiliger fuck, ey. Nein! Boah, scheiße! Ja, Sebastian, du darfst ruhig flüchten. Oh, shit, Leute. Ja, wir haben ja noch ein paar Sachen. Boah, shit. Boah, shit. Jawohl, voll getroffen. Ja, lad nach. Ja, lad nach. Nein! Heilige Scheiße, was macht das denn mit uns? Okay, es frisst uns. Ja, das geht auch. Okay, das nenne ich mal einen ordentlichen Bossfight. Boah, 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 ha, 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 ha. Oppala. Ja, okay, den Schuss habe ich jetzt versammelt. Muss ich hier was drücken, oder was? Lauf! Jawohl, Sebastian. Du hast es drauf, Kumpel. Oh, shit. Aua. Aua. Nein, nein, nein! Nicht fressen lassen, Sebastian. Ähm. Okay. Wow, auseinandergeschlagen. Ja, das ist schon etwas anderes. Okay, wir können die hier also auch verwenden. Finde ich ja schon mal sehr nice. Ja, und jetzt komm her. Jawohl! Macht zwar leider nur minimalen Schaden, wie ich finde, aber Schaden... Wow, wow, wow. Wenn sowas aus Ruviks Verstand herauskommt, dann will ich gar nicht wissen, was als nächstes kommt. Ganz ehrlich. Ja, okay. Ja, ich werfe mal eben eine Spritze ein. Anders geht's nicht. Äh, lau mal nach, Kumpel. Oh, Mann, ist das viel. Scheiße, will ich jetzt nicht sagen. Ja, ich muss es mit allen Mitteln versuchen. Ach, rennt das jetzt im Kreis, oder was? Oh, oh, oh. Oh, da ist es eh schon. Nein, lauf! Wow. Knapp, aber doch entkommen. Ja, ich verschieße meine Muni, weil... Ich will die Armbrust ehrlich gesagt erst am Ende verwenden. Was heißt am Ende? Ja, stirb doch! Du elendiges Drecksvieh! Wow, 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 wow. Ja, leider haben wir von dem Sprengball ziemlich viel. Doch, aber das ist schon Hardcore, Leute. Jetzt ohne Scheiß, das geht schon ganz schön in die Vollen. Nein! Nein, jetzt frisst es uns wieder! Verdammt mich! Scheiße, Leute, fast! Im Übrigen hatte ich jetzt voll vergessen, die Stoppo einzuschalten, aber das macht jetzt in dem Sinne nichts. Ja, okay. Wow, 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 wow. Du elendiges Drecksvieh! Stirb doch! Wow, wow, wow. Okay, vielleicht war das doch keine gute Entscheidung. Lauf! Sebastian, lauf! Lauf, Kind, lauf! So schnell du kannst! Okay, hat er mich wieder getötet? Verdammt! Ich finde es geil, Leute. Ohne Scheiß. Ich beschwere mich gar nicht darüber, weil ich es wirklich geil inszeniert finde. Jetzt ohne Scheiß. Komm her. Ja, komm her. Jawohl, nein! Nicht in meine Richtung. Das wäre jetzt fies gewesen. Aua! Leck mich doch, du Drecksvieh. Jawohl, und jetzt rennt durch, Sebastian. Aber bitte ohne Schaden zu nehmen. Ja, genau. Sehr geil. Ja, das muss wehtun. Das glaube ich dir, Sebastian. Ja, ich werfe mal eben eine Spritze ein. What the fuck? Wow. Wow. Also, irgendwie glaube ich nicht, dass wir bei dem überhaupt mit der normalen Mundi was anfangen können. Ganz ehrlich. Okay, dann haben wir den Kopf weggeballert. Das ist schon mal gut. Okay. Das ist schon mal gut. Da, wieso trifft er uns? Hat der so lange Arme oder was? Ich schätze mal schon. What the fuck hat der denn vor? Da. Hau mich um, du Drecksvieh. Ja, in diesem Fall nehme ich sogar gerne Tipps an, wie ich es besser machen kann, Leute. Weil ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich es besser machen kann. Aber ich schätze mal, ihr auch nicht unbedingt. So, und jetzt lauf wieder. Wow, 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 wow. Ja, sie hätten so ein Drecksvieh erlebt. Aber ich finde es wirklich geil gemacht. Auch wenn es schwer ist. Wahrscheinlich ist es nur schwer, weil ich so wenig Mundi habe. Oh Mann, ey. Stirb doch. Die Parasitenvieh, du Blödes. Nein. Ja, jetzt verschieße ich wieder meine Mundi auf blöde Art und Weise. Nein! Jetzt frisst er mich wieder. Herrgott, Zeiten. Das macht Spaß, Leute. Ohne Scheiß. Ja, okay. Nicht, wer er daneben schießt. Wow, 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 wow. Übertreib's nicht, Kumpel. Übertreib's nicht, Mann. Ich weiß nicht einmal, wo der eine Schwachstelle hat. Falls er überhaupt eine hat. Au! Das Vieh haut mich ja glatt um. Ja, okay, der war jetzt gut. Wow, 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 wow. Der Typ ist ja echt krass, Leute. Jetzt war... Aua. Ganz geil gemacht. Ohne Scheiß. Ich... Jetzt bin ich gestorben, oder was? Achso, für einen Moment dachte ich wieder, ich wäre gestorben. Ja, ist aber... Achso, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ja, schmeiß dir mal eben die Spritze rein, auch weil es jetzt ein bisschen riskant ist. Weil dieser Schwachmat hinter uns ist. Aber macht ja nichts. Nein! Stirb doch, du blödes... Drecksvieh, ey. Jawoll. Ja, jetzt hat es mich auch... Jetzt hat es mich... Äh, scheiße! In diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, einfach krass und krank. Vielleicht kann ich mir jetzt... Wow, 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 wow. Alter! Es reicht, Kumpel. Wow. Ja, die Beine sind wahrscheinlich nicht seine Schwachstelle. Ich nehme mal an, der Kopf da oben... Das ist eigentlich die Schwachstelle. Ist denn der... Achso, ich dachte, der würde sich die Essenz nehmen. Aua. Lass mich in Frieden. Der reißt ja gleich die ganze Tür mit. Ja, jetzt muss ich die Spritze einwerfen. Hilft nix. Und ich sehe wieder nix. Super. Aua. Ich glaube, da liegt eine Spritze. Heilige Kacke. Wie kann man auf sowas, ey? Aua. Ja, leck mich, du Horst. Aua. Ja, ich müsste mich nochmal heilen, bitte, wenn ich darf. Ja, ich schmeiße einfach die Heilung rein. Mehr als mich umbringen kann er eh nicht. Shit. Äh. Wenn ich ja wüsste, was das bedeutet, wenn er so komisch... Ja, jetzt hat es mich auch erwischt. Logisch. Wow, haha. Boah, super, wieder nicht getroffen, ey. Ja, okay, ein bisschen Schaden hat es gemacht, aber leider nicht viel. Ey. Ja, Sebastian, du hast wieder keine Ausdauer mehr. Ja, die Frostbolzen bringen mir jetzt gerade nicht viel. Wow, wow, wow. Fuck. Jetzt hat er mich wieder. Shit. Verdammte Scheiße, Leute. Ja, ich hoffe, dass wir diesen Arsch irgendwie weiterkriegen. Ja, ich weiß, dass ich mit der Masche nicht viel schaffe, aber... Wow. Wow, wo ist der? Nein. Aua. Du mieser Penner, ey. Ja, ich muss mir eine Spritze einwerfen. Hilft nix. Aber jetzt flüchtet der wieder die ganze Zeit. Aua. Du blödes Drecksvieh, ey. Ja, okay. Ob ich jetzt gute Treffer lande, kann ich gerade... Uah. Auch nicht sagen. Ich hoffe nur, dass wir nicht die ganze Part über hier hängen. Aua. Ja, jetzt killt er mich gleich wieder. Ja, okay. Jetzt schmeiße ich mal eine Spritze rein. Hilft nix. Nein! Boah, ich dachte schon, der würde mich jetzt... Aua. Ja, hol dir die Muni, Kumpel. Uah. Ja, der reißt mich ein Stück, dieser Arsch. Ja, ich flüchte mal da rein. Anders geht's nicht. Hey, nisch. Ach so, das... Ja, Granaten brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber... Jawohl. Naja, zumindest ein bisschen Schaden. Nein! What the fuck? Aua. Ah. Ja, das muss wehtun. Nein! Fuck, ey. Okay, was ist das, was er da die ganze Zeit macht? So. Habe ich ihn schon, oder was? Äh, Moment mal. Ich wechsle mal die Granaten ein. Nein! Ja, jetzt... Ja, jetzt... Ja, ich merke schon, an dem werden wir aus die Zähne ausbeißen, Freunde. Aber ich bin irgendwie trotzdem der Meinung, er ist gar nicht so hart, wie er angibt zu sein. Weil... Wo ist er denn jetzt wieder? Ah, okay. Ja, vielleicht ist das, was ich jetzt mache, nicht unbedingt ratsam. Aber... Wow, es heißt ja bekanntlich, no risk, no... Aua. No risk, no fun. Ja, lauf, Sebastian. Ja, lauf mal da rein, ist egal. Ich glaube, die Taktik, die wir jetzt benutzen, ist gar nicht so schlecht. Aua. Ja, gut, wenigstens hat der letzte Schuss noch ein bisschen gezählt. Hoffe ich zumindest. Ja, jetzt muss ich mich eigentlich aufheilen. Ja, ich... Ich hoffe... So, jetzt lauf, Sebastian, lauf! Ähm... Jawohl. Ja, jetzt erwischt es mich auch noch. Kruzifix noch mal, ey. Wow, 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 wow. Moment mal, ich wechsle mal eben die Granaten noch mal ein, weil... Nein, die Granaten wollte ich... Idiot. Weil vielleicht bringen die auch noch... Nein, jetzt frisst er mich wieder. Ja, sag doch mal, spinnst du? Ja, langsam, aber sicher bin ich angepisst. Wow. Habe ich ihm jetzt schon zu viel Schaden zugefügt, oder was? Weil man muss das einfach mal mit Verlaub sagen. Ähm... Ach so. Passt schon. Lauf, Sebastian, jawohl. Ja, okay, die Essenzen brauche ich zwar nicht wirklich, aber... Wow, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Und er schlägt einfach mal die Säulen alles ein. Okay, ja, jetzt habe ich mich verdrückt. Ja, ich aktiviere jetzt einfach mal die Granaten. Ja, ausgerechnet jetzt muss er wahrscheinlich losrennen. Oh, sind die Granaten jetzt etwas zurückgefallen oder was? Nein! Stirb doch, du Drecksvieh! Jetzt muss er nachladen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut tut. Und an dieser Stelle sei gesagt, Sebastian, es tut mir leid, dass ich dir so viel Schaden zumute. Wahaha! Und ich tue es auch nicht gerne, Leute, also... Wahaha! Ja, und am Autoverkriechen bringt mir jetzt nicht viel. Da! Okay, ich dachte, jetzt würde er mir Schaden zufügen. Waa! Nein, jetzt frisst er mich wieder! Dieses One-Hit-Killen regt mich auf, Leute, ohne Scheiß. Ja, okay, jetzt bleibe ich bei der Schadenflinte am Anfang. Ja, schießen wir dem bald zumindest den Kopf weg, dass zumindest ein gewisser Teil von ihm weg ist. Obwohl ich bezweifle, dass das bei ihm was bringt. Seht euch dieses... Drecksvieh an! Wow, wow, wow! Übertreib's nicht, Kumpel! Lab' mal nach, mein Freund! Lauf! Ja, jetzt habe ich zu... Jetzt habe ich zu lahmarschig reagiert. Aber... Aua! Ich wollte ehrlich gerade sagen, er hat mich nicht getroffen. Habe ich jetzt schon einen Teil von ihm erledigt, weil er sieht nicht mehr gerade gesund aus. So, und jetzt lauf! Ja, genau. Lauf da rein, mein Freund. Wisst ihr was? Jetzt schießen wir mit der Pistole ab. Ja, weil... Ein bisschen Schaden ist es ja immerhin auch, ne? Schneller, Sebastian! Jawoll! Nein! Aber ich glaube, von diesem Angriff kann man, glaube ich, nicht... Fliehen, weil... Das wäre dann doch etwas zu einfach. Ähm... Boah! Lauf! Okay, habe ich jetzt nicht getroffen? Ui, 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 ui! Entweder er hält wirklich so viel aus. Wow! Da, da, da... Ja, er wollte mich gerade packen, Leute. Ohne Scheiß. Ja, komm her, du Riesenbaby. Habe ich ihn? Ja, Leute, wir haben ihn! Geiler Shit. Oh, Mann! Der Erste, nicht der Letzte. Ja, da ist ein Exit. Das wird mir jetzt angezeigt. Jetzt funktioniert er wahrscheinlich. Ja, aber jetzt sammle ich alles ein, was ich übrig gelassen habe. Fuck, Leute, war das jetzt krass. Ja, geil! 20.000! Ja, das kann sich sehen lassen. Ja, gut. Dafür, dass der Kampf jetzt so fucking anstrengend war, habe ich das auch, ehrlich gesagt, verdient. Oder wie seht ihr das? Ja, jetzt kriege ich Pumpgun-Munni. Ha, ha, ha. Aber nur zwei Schuss. Ähm... Ja, genau. Erschlag es mal. Essenzen. Ein bisschen Munni. Äh, wofür? Äh, für die Pistole. Ja, okay, die Pistole wird wahrscheinlich, schätze ich jetzt einfach mal bösartig, nicht mehr lange relevant sein, weil... Die zieht ja jetzt schon beinahe nix mehr ab. Auch wieder Pistolen-Munni, was kein Schwein braucht. Okay, das ist jetzt Pumpgun-Munni. Lade mal nach, Kumpel. Jawohl. Das lädst du mir auch mal nach. Ach, so. Da ist noch eine Spritze. Ja, geil. Oh, Scharfschützengewehr-Munni. Das weist meistens darauf hin, dass man die braucht, wenn man die Munition bekommt. Aber, ähm... Ja, okay, das brauchen wir auch nicht drum bedingt. Ja. Dann haben wir das geschafft. Ah, da ist ja auch noch Munni. Und sogar... Ach so, für Scharfschützengewehr. Ja, lad mal nach, Kumpel. Jetzt schaue ich mal nach, was ich noch machen kann. Ähm... Was das betrifft... Ja, okay, gar nichts. Wir haben ja nichts. Verdammt. Macht nichts. Aber bevor... Was? Wo ist denn diese Tür? Ach, da ist sie. Aber ich würde sagen, Leute, bevor wir da durchgehen, ich glaube, der Part ist nämlich eh schon lange genug, würde ich spontan sagen, ähm... Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder zu The Evil Within. Bis zum nächsten Mal. Macht... Ha!